Jo, Putzmann hier. Und zwar, ich habe schon einige Anfragen bekommen. Der hat noch seine Haare, wieso, weshalb, warum. Und ich werde da auch jetzt ganz ehrlich zu sein. Und zwar erstens, ist es zur Zeit noch viel zu kalt dafür. Ich muss mir die Haare sowieso abrasieren, wenn das mit der Bundeswehr im April klappt. Also kommen die so oder so. Aber solange es so kalt ist, werde ich mir nicht die ganze Platz rasieren. Und zum Zweiten kommt es auch dazu, dass ich was ausprobiert habe. Und ich werde auch damit akzeptieren, wenn ich am Ende bei null Abonnenten bin. Damit kann ich super leben, gebe ich euch ganz ehrlich zu. Und zwar, ich bin der Putzmann. Ich habe hingeschrieben, hat gesagt, dass ich mir die Haare schneide und habe festgestellt, wenn man scheiße labert, wenn man irgendeinen Blitz macht, bekommt man viele Abonnenten. Ich habe wahrscheinlich kaum einen Abonnenten dafür bekommen, dass ich mal einen Fleck aus dem Teppich bekommen habe, obwohl das ein Trick ist, der sehr gut in meinen Augen ist. So ich sogar Feedbacks von guten Bekannten bekommen habe, die gesagt haben, ey, das hat ja super funktioniert, ist ja voll geil. Ich danke dir. Aber es scheint sich wirklich niemand dafür zu interessieren. Und das heißt wahrscheinlich, weil ich gemerkt habe, das ist einfach ein Thema, was niemanden anspricht, was niemand braucht. Weiß ich nicht mehr, ob ich wirklich weitermachen soll. Deswegen, es lohnt sich dann halt einfach nicht für mich, weil es ist für mich schwachsinnig mehr, hier nur das zu machen, was andere gerne sehen wollen. Und nicht das, was nützlich ist. Deswegen. Also wird es wahrscheinlich von mir weder noch Videos geben, noch etwas anderes. Wahrscheinlich werden die einzigen Videos, die ich jetzt noch hochladen, die von Skype ja sein, weil ich mich mit dem super verstehe. Deswegen. Mit dem werde ich auch zusammenarbeiten und einen Podcast dieses Jahr machen. Das ist wahrscheinlich so, dass die einzige Schiene, die ich jetzt mache. Deswegen. Weil alles andere lohnt sich nicht. Aber es werden auch nicht mehr so oft Videos kommen wie vorher. Wahrscheinlich so gut wie gar keins mehr. Nur ab und zu so. Aha, Skype hat was hochgeladen. Mach ich jetzt. Kommt was. Ansonsten nichts mehr, weil nur für Schwachsinn ist mir das hier zu blöd. Deswegen, wenn das nicht akzeptiert ist, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, auf null Abonnenten runterzufallen. Mir macht das nichts aus. Macht das hier aus Spaß und Jux, weil es mir gefällt, will ich mich damit auskenne. Aber wie gesagt, solange ich nicht zur Bundeswehr muss, was wahrscheinlich jetzt im April ansteht, bleiben die Haare noch drauf. Deswegen. Ah. 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 Ah.